Was es halt geht, ich habe ja diese E-Zigarette hier und wie man sieht der Füllstand, der ist bei kurz vor leer und den möchte ich jetzt befüllen. Ich habe den wirklich nicht Leerdämpfer, sondern man sieht, da ist doch noch relativ viel Flüssigkeit drin. Den auf jeden Fall rechtzeitig wieder befüllen, weil wenn er leer ist und einmal der Keul trocken gelaufen ist, dann ist vorbei, dann ist der Keul kaputt. Das Problem ist bloß, dann kriegt man ganz schlecht auf. Wenn er noch nie offen war, muss man einfach biegen und biegen und biegen und irgendwann gibt er nach, dann kriege ich ein bisschen mehr Gewalt drauf. So, jetzt kriege ich ihn auf. Jetzt darf ich ihn natürlich ganz rausziehen, weil der ist hier unten noch verkabelt. Ich hole mal den Stopfer raus, aber ich habe hier so ein kleiner Stopfer. Ich nehme einfach den Stopfer raus und dann habe ich hier ein Befüllloch.